Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand ist ein Schauspiel in fünf Aufzügen von Johann Wolfgang von Goethe. Als Vorbild der Hauptfigur galt der fränkisch-schwäbische Reichsritter Gottfried Götz von Berlichingen zu Hornberg. Das Stück gilt als ein Hauptwerk des Sturm und Drang. Ähnlich wie sein Götz wollte auch Goethe mit diesem Stück Grenzen einreißen. Er stellte sich gegen die bisherigen Theaterkonventionen. Die Einheiten von Ort, Zeit und Handlung werden aufgehoben. Es gibt insgesamt über 50 Handlungssorte, und die dargestellte Zeit wird nicht auf einen Tag beschränkt, sondern durch mehrere parallel laufende Handlungen gedehnt. Götz entstammt der mittelalterlichen Welt des Faust- und Federrechts, agiert aber auch ständeübergreifend, indem er zum Beispiel den Bauern hilft. Mit seiner Figur stößt das aufgewachsenem Naturrecht und Treue gegründete freie Rittertum auf die dem abstrakten römischen Recht verpflichtete Welt. Des intriganten Adels, Goethe's Götz beweist zwar einen die historischen Konventionen überwindenden Charakter. Seine auf individueller Unabhängigkeit einerseits und persönlicher Loyalität andererseits basierende Utopie einer idealen Monarchie lassen ihn jedoch in Konflikt mit der gerade entstehenden bürgerlichen Gesellschaft geraten. So kämpft Götz von vornherein auf verlorenen Posten. Resigniert muss er letztlich feststellen, Freiheit gibt es nur im Jenseits. Die Welt aber ist ein Gefängnis. Goethe's Götz war unter anderem eine wichtige Anregung für Friedrich Schillers Drama Die Räuber. Handlung Erster Aufzug Götz von Berlichingen liegt in Fede mit dem Bischof von Bamberg, weil dieser einen seiner Knechte gefangen hält und foltert. Ihm gelingt es Adelbert von Weißlingern, einen Jugendfreund im Dienst des Bischofs gefangen zu nehmen und auf seine Burg Jagsthausen zu bringen, wo er ihn beeinflusst, die Seiten zu wechseln. Zur Besiegelung des neu geschlossenen Treuebündnisses verlobt sich Weißlingern mit Berlichingen Schwester Maria. Zweiter Aufzug Die Reaktion Bambergs lässt nicht lange auf sich warten. Liebe traut ein Höfling, überredet Weißlingern, zurück nach Bamberg zu gehen. Er lockt ihn mit Weiber, Fürstengunst und Schmeichelei. Weißlingern wird unsicher und will einen kurzen Besuch in Bamberg wagen. In der Bischofsresidenz verliebt sich Weißlingern in die verführerische Adelheit von Waldorf und lässt sich von ihr dazu überreden, seinen Dienst beim Bischof wieder aufzunehmen. Dritter Aufzug Berlichingen verbindet seine Schwester mit Franz von Seckingen, überfeldreiche Kaufleute als Rache für die Gefangennahme eines seiner Reiterbuben und wird daraufhin von dem von Weißlingern beeinflussten Kaiser, mit der Reichsacht belegt und mit einem eigens rekrutierten Exekutionsschier verfolgt. Der Gejagte verschanzt sich in seiner Burg, bei deren Belagerung das berühmte Götz-Zitat füllt mich ergeben. Auf Gnaht und Ungnaht. Mit wem redet ihr? Bin ich ein Räuber? Sag deinem Hauptmann. Vor ihre kaiserliche Majestät hab ich, wie immer, schuldigen Respekt. Er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsche lecken. Anführungszeichen Als er den Angreifern schließlich doch nachgeben muss, handelt er zwar freien Abzug aus, wird aber trotzdem festgenommen. Vierter Aufzug Berlichingen wird im Rathaus von Heilbronn vor Gericht gestellt, wo er seine Unschuld beteuert. Seckingen befreit ihn mit Gewalt, indem er mit 200 Mann vor die Stadt rückt und sie anzuzünden droht. Berlichingen zieht sich erneut auf seine Burg zurück. Fünfter Aufzug Aufständische Bauern wollen Berlichingen nach den ersten Morden und Branden zu ihrem Hauptmann machen. Er lässt sich überreden, die Aufgabe auf kurze Zeit und unter Verzicht auf Gewalttaten zu übernehmen, muss dann aber erleben. Dass kurz darauf Miltenberg überfallen und niedergebrannt wird, Berlichingen wird von Weislingens Reitern gefangen genommen. Adelheit ist Weislingens überdrüssig geworden und strebt nach der Gunst des neuen Kaisers. Weislingens knappe Franz Adelheitsgeliebter steht so sehr unter ihrem Einfluss, dass er sich dazu überreden lässt, Weislingern zu vergiften. Die Verzweiflung über seine Tat aber lässt ihn anschließend Selbstmord begehen. Adelheit wird von einem Femegericht wegen Ehebruchs und Mordes zum Tode verurteilt. Berlichingen, im Turm zu Heilbronn eingekäckert, stirbt in Anwesenheit seiner Frau und seiner Schwester mit den Worten, himmlische Luft, Freiheit. Freiheit, Elisabeths Antwort, nur droben, droben bei dir. Die Welt ist ein Gefängnis. Entstehungsgeschichte Das Konzept der Stückes hat Goethe bereits in Straßburg entwickelt, wovon aber keine Zeugnisse mehr bekannt sind. 1771 hat er in Frankfurt am Main ein erstes Manuskript niedergelegt, das aber erst nach seinem Tod im Jahr 1832 veröffentlicht wurde und dem die Autobiografie des Titel Helden zugrunde liegt. Des Weiteren gibt es eine zweite Fassung von 1773, die gegenüber der ersten glatter und konzentrierter ist. Diese wurde am 12. April 1774 am Berliner Komödienhaus in der Inszenierung des Theaterleiters Heinrich Gottfried Koch in historischen Kostümen mit großem Erfolg uraufgeführt. Bereits im Oktober dieses Jahres folgte in Hamburg unter der Leitung von Friedrich Ludwig Schröder die nächste Inszenierung des Stückes. Bei der neben historischen Kostümen auch historische Kulissen zur Anwendung kamen. Es gibt auch noch eine dritte Fassung von 1804 gedacht für das Weimarer Theater, deren Aufführung seiner Zeit fünf Stunden dauerte. Die inhaltlichen Unterschiede der drei Fassungen betreffen in erster Linie die Rolle der Adelheit von Waldorf. Rezeption Die unmittelbare Wirkung des Dramas war sensationell, es machte den jungen Autor mit einem Schlag berühmt. Da der Erfolg des Stückes nicht zuletzt auf der Umkehrung traditioneller Vorstellungen von Rang und Ansehen beruhte, fragten Mitglieder anderer Adelsfamilien beim so plötzlich populär gewordenen Autor an, ob er nicht auch ihr Geschlecht literarisch verewigen wolle. Heute wird in der Burg Jagsthausen der literarischen Heimat Götz von Berlichingens jährlich bei den Burgfestspielen Jagsthausen das Theaterstück aufgeführt. Dazu werden jeweils bedeutende Schauspieler wie Benno Sterzenbach, Max Reimann und Hermann Schoenberg für die Hauptrolle verpflichtet. Darunter auch Alexander Golling, einer der profiliertesten Götz-Darsteller der Nachkriegszeit. Unter der Regie von Michael Bogdanov übernahm 2014 die Rolle des Götz der bekannte Filmschauspieler Götz Otto. In Heilbronn, wo der historische Götz eine Nacht im Bollwerksturm gefangen war, wurde in Erinnerung an Goethes Götz ein weiterer Turm der Stadt Götzenturm genannt. Unter dem Titel Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand wurde das Drama 1978 in der Regie von Wolfgang Liebmeiner mit Raimund Harmsdorf in der Titelrolle verfilmt. Ausgaben Erste Fassung Goetheswerker Weimarer Ausgabe Bd 39 Weimar 1897 Zweite Fassung Goetheswerker Weimarer Ausgabe Bd 8 Weimar 1889 Dritte Fassung Goetheswerker Weimarer Ausgabe Bd 13,1 und 13,2 Weimar 1894 und 1901 Leseausgabe Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand Ein Schauspiel Mit Anmerkungen von Volker Neuhaus Stuttgart Rieklemm 2002 ISBN 3 15000 0000718 Hörspiel Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand Bayerischer Rundfunk 1958 Bearbeitung Leopold Alzen Heinz von Kramer Musik Bern Scholz Regie Heinz-Günter Stamm Jaguar Mitz Vielen Dank.